Hallo und herzlich willkommen, Mats wieder am Start und ich bin immer noch auf der Suche nach Sparkplugs. Wir laufen erst mal in diese Richtung und auf dem Rückweg, wir müssen ja eh hin, gucken wir uns noch die anderen Warehouses an. Bloß schnell vorne das Große. Wir haben ja eh hinten Ur-Frontblock und so, als Exits. Walik-Jabko, kein Mensch weiß was es bedeutet. Die Sprache in seiner Klaus-Sprache. Sparkplugs, hier, da, komm her damit. Drei Stück bitte jetzt in einem Regen. Nein, es ist keins. Was will ich mit dem Fügel? Äh, Xenohr ist natürlich gutes Geld, aber... Das ist nicht das, was ich suche. Die ersten, nehmen wir mal mit. So, Pippi. Ach, nur Schmutz. Nur Schmutz von Papa. Motor. Da, nehmen wir mal mit. Ach, einen Nägel. Brauche ich noch Nägel? Ich glaube, ich brauche gar keine Nägel mehr. Oh ja, diese kleinen, diese Relais brauche ich noch. Schnecken brauche ich auch. Es wird kräftig am Hideout gearbeitet. Ich wollte doch mal gucken, was hier diese Caps noch wert sind, ob die noch so gut im Preis brauche ich eigentlich auch. Ich bin schon wieder voll. Hier nur mit Müll. Den Filter habe ich gerade weg. Das ist ein Scheiß. Schokolade brauche ich auch nicht. Das ist ein Scheiß. Was ist das? BIPO? BP-Munition? Was ist das dort? Was? Gib doch mal her. BP-Munition. Nice. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Kann ich die PS wegschmeißen? Hey Madame, wo ist meine Roller? Jetzt hast du ein Goldgetter fallen lassen. Das ist nicht da. Was war das denn einfach? Einen fetten Kaliver. Steht lustig. Dann machen wir mal 200 Meter. Hey Alter, willst du mich bearschen? Jetzt. Ist das die Möglichkeit? Gut, einer ist schon mal weg. Milch, Milch, Milch. Das ist auch nice. Siehst du, ich wollte ja meine Milch trinken. Dann komm mal her, noch ein bisschen Energie. Hier. Rennen den Kopf. Nur Schamutz. Obatschki. 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 Kein Obatschki. Was? Der Lumpenhund. Da hinten ist auch noch nicht da. S-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Was ist das? Kenn ich noch gar nicht. Oie, oie, oie. Die ist ja. Die ist ja mal gar nicht übel, Alter. Alter Schwede Leckumio Noch ein Motor Alter Gulliä oder lungern auf der anderen seite rum das kann natürlich auch sein was war denn mal wir tauschen erstmal die vollen ibus gegen die nicht mehr ganz so vollen sparklack sparklack keine zwintkerze bitte ich brauche keine immer dieser blöde was habe ich hier weg und das brauche ich motor brauche ich aktuell nicht das war noch das leichteste mit hier das ist schon wieder der nächste motor ich hätte ja schon drei motoren raus schleppen können sponky sponk spark plug was heißt denn hier da ist ja noch einer muss aufpassen dass ich nicht wieder fällst du mal um ich habe ja in den schädel geschossen noch einer mann aber geht mir doch mal nicht auf den keks ich bin ein vielbeschäftigter mann das ist nur sparkly spark plug hallo seid ja noch ganz dicht das war ein großer filtern Ja. So, das große genommen so 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 Vielen Dank. Das Schaneinbau ist nicht wahr, wie es aussieht. Allermöglicher Scheiß. Hammer auch. Kopfhörer, alles da. Ach komm. Das war's, mehr ist hier nicht. Kein Sparklack, kotzt mich an. Noch ein Motor, vier Motoren, aber nicht eine Zündkerze, eine verschissene. Ja, die Schnecken brauche ich auch. Man, so ein Rotz. Nüsse. Die Nüsse gehen mal auf die Nüsse, aber ich brauche die Scheiße nicht. Zucker. Ich brauche kein Geld, ich brauche Sparkplacks. Oh, cool ist. Schau mal her, mein kleiner Mann. Ach, jetzt geht mir die Zeit schon wieder auf den Sack. Schau mal her, mein kleiner Mann. Schau mal her. Schau mal her. Schau mal her, mein kleiner Mann. Schau mal her. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll man denn noch machen? Ich finde auch keiner Map Sparkplugs. Was soll man denn noch machen? 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 Stimmt. Was soll man denn noch machen? 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 Ich bin der F*** aus! Anni! 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 Das ist so schön. So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Das war's für heute. Am Ende nochmal rasant. Nochmal ein paar. Das war's für heute. Doch, 4.6.1 habe ich nicht gefunden. Na ja, gut.